So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cars for Meiner Z. Heute geht es im Endeffekt nur darum, von A nach B zu laufen. Ja, Festplatte. Play Offline. Survival. Wir machen trotzdem mal auf leicht. Vergesst mich vorzustellen, ich bin der Argonia, nur so nebenbei, weißt du vielleicht. Create World. Jetzt machen wir es mal. So, rename World. Ich will die alte Welt umbenennen, damit ich mich auskennen. Ich schreibe jetzt einfach mal meinen, ich schreibe einfach mal jetzt rein, Argonia, so. Damit ich auch weiß, welche Map von A nach B ist, welche Map ist, wo ich da schon ein bisschen was habe. Argonia, so. Wir können auch eine neue gleichweltgleich machen. So, Tag 1. Hier, jetzt schauen wir mal, das ist einfach nur jetzt mal von A nach B laufen. Wir haben wir den Kompass, damit wir auch Ja zurückfinden, falls es zu H nach Fahrt kommt. So, hier, roter Zeiger zeigt immer Richtung Norden, das heißt, also Süden, je nachdem, wie man es sieht. Wir gehen auf die Reise Richtung Süden. Oder war das Norden? Ich weiß es gar nicht. Ja, ihr wischt schon Bescheid, welcher Zeiger grün ist. Ich weiß es nicht, ich bin doch das Kind. Ich bin 18, aber immer noch ein Kind. So, jetzt gehen wir mal hier einfach mal in die Richtung. Jetzt schauen wir mal, wie lange das Video geht, wie weit wir in diese Richtung gehen. Ich kann noch acht Minuten aufnehmen mit meiner Kamera, bevor der Speicher voll ist. Hier seht oben rechts die Koordinaten, wie weit es ist. Und dann sind die gleich mal schwebende Inseln. Tja, lustig. Da war ich übrigens auch schon mal so was. So, ich finde es echt geil mit dem, das sieht mir so wie James Bond gerade, ganz ehrlich. Oh, das sieht schon mal, wow. Wow. Warum hat es jetzt die Musik geändert? Weil es so geil ausschaut. Es sieht echt krass aus, muss man sagen. Also, oh, Alex, schau dir mal, dass es anhält. Oh, Alex. Also, die Musik hatte ich noch nie, die kenne ich gar nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Was macht denn der schon wieder hier? Ja, kurze, fix noch einmal. Alter. Ich habe keinen Plan, warum am ersten Tag schon dieses Drecksvieh hier ist. Wo ist er jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Ich laufe trotzdem jetzt mal weiter und schau mal, wie weit ich komme, ohne zu sterben. Die Musik ist geil, ganz ehrlich. Also, hier sind wir schon, ich habe viele schwebende Inseln. Ich laufe immer weiter. So. Ja, hör auf. Lass mich in Ruhe. Ich glaube mal seitlich, da bin ich nicht erwischt, der Wechsel. Oh, das Vieh ist so mega groß, Alter. Fühle mich wie ein Skyrim. Ich freue mich Bescheid. So, jetzt gehen wir mal immer wieder in die Richtung. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, warum das Vieh schon da ist. Ich weiß auch nicht, ob man, wenn man, also ich habe dann schon mal getötet, man guckte den getötet, ob dann nochmal ein neuer kommt, ich weiß es nicht. Aber hier geht es ums Überleben. Die Koordinaten ändern sich irgendwie jetzt gerade gar nicht mehr, ich weiß auch nicht, warum. So, was kommen wir noch über das Game sagen? Kauft es euch, es ist ein lustiges Spiel, es ist ein Survival-Game. Die Zombies, also schwierig, ist sowieso voll, um wirklich alleine zu schaffen. Oh mein Gott, die Insel ist ja geil. Kommt man da irgendwie hoch? Das ist, also nur mal nebenbei gesagt, kein Spielfehler, das gehört alles so. Oh, das ist ja echt geil. Oh, ja, Papa Jerome. Ich nenne es in Drachen immer Papa Jerome. Ich hoffe jetzt, dass die Scheiß-Skelette hier nicht rauskommen. Marag! Was hat er verloren? So, jetzt muss ich mal aufpassen, weil es ist Nacht. Ich schon mal, wie noch so, dass ich noch weiterkommen, es glänzt. Was ist denn das? Ist das der Drache hier gerade? Ja, das ist der Drache, ich da schon mal so ein Viech oder so. Jawohl, ich kann euch mal zeigen, dass wir mal auf dieses fette Ding hier hoch können. Da ist übrigens das grüne Zeug, genau so nebenbei hier. Ja, das Viech schießt schon wieder, das Aue. Da kann ich nicht hoch, wenn es Viech schießt. Das ist mir leid, ich würde gerne hochgehen, aber... Ich komme nicht hoch. Ich höre ich rechts und die Koordinaten an. Sie sind schon ziemlich weit gelaufen, wenn ich mal sagen. Ich kann auch 5 Minuten aufnehmen. Ich laufe trotzdem mal weiter. Nur mal so, dass sie... Nur zu zeigen, dass die Web groß ist. Wenn euch das wieder langweilig wird, ist es wurscht. Ich könnte vorspulen, aber es wäre auf jeden Fall jetzt irgendwelche Zombies noch kommen. Ich kann auch mal ein Video machen, wo ich auf Hardcore versuche zu überleben. Das ist sowieso unmöglich, fast für mich alleine. Alter, das ist ja... Das ist so eine Riesen-Map, also das ist ja... Richtig schon krankhaft. Also hier sieht man auch unten die Pistolenanzahlschüsse, wieviel man da hat. Das hier sieht ja aus wie Alouine. Das ist wieder der Bogauner. So... Schaut euch, ich will richtig die Koordinaten an. Das ist unglaublich. Ähm... Kompass. Wir wollen doch in die richtige Richtung. Boah, rechte Rauchschwarte von dem Viech. Man kann sprinten, glaube ich, nicht. Wie in Minecraft. Das geht Minecraft schon, das ist cool. Ja, das ist springen, das finde ich ja geil. Dann kann man schnell flüchten. Ja, warum ist er gerade bei mir jetzt? Hä? Wir sind aufs Maul. Alter, peste ich jetzt mal in kleinen Made. Hier ist es noch mehr. Also ich glaube... Was ist denn das? Kohle oder was? Ach, das ist Kohle. Ich dachte schon, das ist ja was anderes. Ich werde mal auf jeden Fall auch mal in die Hölle runtergraben. Ich weiß, ich glaube... Also ich finde persönlich die Hölle bei Chaos in meiner Zeit was besser. Also Minecraft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin immer noch richtig. Jo. Ich will nicht sterben, ganz ehrlich. So. Ja, jag mich nur. Du findest mich nie. Oder kriegst mich nie. Je nachdem. Es wird wie... Der Himmel wird irgendwie rot, rötlich. Wird es nachts? Oder wird es wieder Tag? Ich glaube, es wird nachts. Ich glaube, es wird jetzt erst nachts. Und das Skelett ist einfach gespawnt, weil es keine Bock hat, so zu spawnen. Drei Minuten haben wir noch. Es wird nachts. Es wird erst mal interessant. Ja, man hört die Viecher. Ich werde wahrscheinlich jetzt jeden Augenblick sterben. Ja, die Grafik ist ein bisschen backig hier. Aber mein Gott. Ich gehe aufs offene Feld. Da kann ich besser kämpfen. Ja, jetzt wird es nachts. Immer umschauen, weil die können auch hinter dir sein. Wir sind noch lange. Ich habe Ende. Wir sind bald bei... Scheiß Skelett. Verpiss dich. Oh, oh. Lad nach, lad nach. Warum stirbt das einfach nicht? Na also. Wow. Was ist das für eine Musik, Alter? Wow. Die Musik könnte ich mit... Was ist das? Hä? Hä? Was ist das? Ach, das ist ein Heizlecker-Zombie. Boah. Der ist sogar weiblich. Der ist ein BH. Schau mal, was das Biss aushält. Verreckt. Ich bin schon echt... Oh, Leck, Mann. Ja, ich kann auch zwei Minuten aufnehmen. Ich reize es aus. Ich will da hin. Ich fahre da noch nie. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keinen Plan. Lassen, männlicher Zombie übrigens. Die Musik ist geil. Die Musik ist... Ich bin dann fein gelassen. Ja, geil. Das muss ich schon immer haben heute. Nach... Die Musik ist mir neu. Ich habe... Weiß nicht, was das hier ist. Genau. Wow. Der Mond sieht geil aus. Ganz ehrlich, muss ich sagen, der Mond sieht geil aus. Der Mond stark. Komm her! Er kämpft gegen mich. Scheiß Drache. Scheiß Drache. Au, au, au. Seht mal her. Ich bin ganz tot. Ich habe noch drei Herzen. So. Eine Minute. Die letzte Minute läuft von der Kamera. Hier seht ihr mal ein Riesen. Es sieht dunkel aus. Es ist... Schau mal recht um die Koordinaten noch an, bevor die Kamera den Geist aufgibt. Da ist ja übrigens noch der Drache nochmal. Es ist ein riesengroßes, fettes Habitat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert mich bitte. Oder versucht es. Gebt einen Daumen hoch. Kommentiert mein Video, wie ihr das findet, das Game. Bis zum nächsten Video. Ciao.